willkommen zurück zu einer weiteren folge ob server so wir gucken mal wie es weiter geht hast du alles verdient das hast du alles verdient ich weiß nicht ja gut da ist es wieder ich bin sicher man sieht es unter der haut das ding juckt die hölle und es wird schmuddelig wenn ich es anfasse hör auf dich zu befriedigen ich mache mir sorgen um die kurze ok kann man hier was eintippen nein keine daten kein spiel vorhanden ok da hinten liegt noch was ich bin zu fett was ist das der scheint gut geld zu haben der du ne machen wir wieder aus ok dann folgen wir jetzt einfach mal dieser ominösen spur gibt es hier noch was danke 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 ja auf dass wir uns wieder erschrecken werden was die tür ist aber zu die gibt es keine andere tür doch hier äh hier da 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 Alter, was? WAH! Es ist sehr laut! Was, sind wir jetzt schon wieder hier? Was zur Hölle geht's hier vor? Vorsicht! Ich muss mal ganz kurz... meinem Sohn geht's nämlich nicht so gut, deswegen muss ich Sandy immer dabei haben. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt in den Keller, wo die Geräusche herkommen. 666, die Zahl des Teufels! Nein, ich pinkel mir nicht ein! War hier hinten noch irgendwas? Was? Nee, gut! Warum fliegt hier schon wieder alles durch die Gegend? Was? 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 Oh-ha! All right. It says, Matriarch, report TR-3AT activity within the last 15 minutes. No activity to death. I don't get it. Am I even plugged in? Am I fucking sick? 1984. Lol, is this monster my son or what? What? Zoom? Das war ein junges Mädel. Nicht gut. Hä? Null, null, null? Okay, dann einmal hacken, bitte. 2, null. Scheiße. Äh. Was zum Geier? Was? Prima Spolzki. Prima Spolzki. Okay. Was ist? Okay, wenn hier eine Party stattfindet, dann wird es gleich wieder schön laut werden. Ihhhhhh. Ihhhhhh. 69. 69. Äh, lass mich hier rum. Okay. 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 180. 120. 40. Die 31. 80. 2019. 20. 20. 21. 21. 22. 21. 21. Da lag jemand. Da ist wieder diese Spur. Hier komme ich nicht rüber. Da ist dieses komische Bild. Okay, da hinten scheint irgendetwas. Ja, hier eher. Oh. Hey, PD. I need to ask you some questions. Shh, keep your voice down. He'll hear you. Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. Does he live around here? Below. He lurks below. Only comes out to hunt. Oh. How do I find him? You don't. He finds you. He always gets his prey. What are you talking about? No. I've already said too much. I won't let him hurt you if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming. He's coming. He's coming. He's coming. He's coming. He's coming. Okay Wow Okay Ok, wie es weiter geht erfahren wir in der nächsten Folge, bis dann bleib gespannt, genies den Tag und bye bye.